Musik Ja, das trifft es ganz gut. In diesem Video geht es um eine folgenschwere Entscheidung, die sie wahrscheinlich auch betrifft. Musik Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Konkret möchte ich Ihnen zeigen, was Sie beachten müssen, wenn Sie auf Musik bzw. einen Takt schneiden. Denn dabei können Sie auf ein sehr heftiges Problem stoßen, das aber zum Glück leicht zu lösen ist. Schauen und hören wir uns zunächst einmal an, wie es nicht sein sollte. Bestimmt ist es Ihnen aufgefallen. Die visuellen Effekte im Text und mit den schwarzen Blenden funktionieren nicht zum Takt. Ich nutze hier EDIUS, aber das grundsätzliche Problem entsteht mit jeder Videoschnittsoftware und lässt sich auch genauso leicht lösen. Ich habe zunächst meinen Musiktitel in EDIUS importiert und dann auf die Timeline gelegt. Das sehen Sie hier grün dargestellt. Und dann habe ich den Titel abgespielt. Und habe während der Titel läuft einfach Markierung gesetzt. Das geht hier in EDIUS mit der Taste V ganz leicht. Und damit erhalte ich hier solche Marker, die ungefähr schon an der richtigen Position zum Takt liegen. Und dann habe ich ganz munter einfach meine Texte so platziert, dass sie auf diese Markerpunkte treffen. Dann habe ich das Ganze noch ein wenig fein justiert und mein Ergebnis war beim ersten Abspielen vollkommen in Ordnung. Doch beim nächsten Abspielen hat sich etwas Seltsames ergeben. Plötzlich haben meine Texte und Bilder nicht mehr zum Takt der Musik gepasst. Wie konnte das sein? Ich hatte natürlich erstmal die Videoschnittsoftware im Verdacht. Dann ist mir aber etwas eingefallen, was ich vor vielen Monaten schon einmal hatte. Und genau das war die Lösung. Der Grund ist nämlich ganz einfach. Ich arbeite hier mit verschiedenen Abtastfrequenzen. Schauen wir uns zunächst einmal das Ganze in den Projekteinstellungen an. Und hier sehe ich schon bei den Audio-Voreinstellungen 48 kHz. Das Ganze wird mir hier unten in der sogenannten Sample Rate nochmal bestätigt. Ich taste hier also mein Video-Signal bzw. mein Audio-Signal mit 48.000 Hz ab. Diese Frequenzzahl ist typisch für Video und auch die meisten Camcorder nehmen automatisch in 48.000 Hz bzw. 48 kHz auf. Das ist also richtig so. Wie ist das jetzt aber mit der Musik? Diese habe ich einfach von einer Bibliothek heruntergeladen. Ich drücke die rechte Maustaste auf meinen Audio-Clip, wähle Eigenschaften. Und hier sehe ich schon eine Abtastfrequenz von 44.100 Hz. Also 44.1 kHz. Und das entspricht nicht den 48 kHz der Projekteinstellungen. Was ihre Videoschnittsoftware und hier auch EDIUS macht es jetzt, während ich das Ganze wiedergebe, wird diese nicht identische Sample Rate angepasst an die Projekteinstellungen. EDIUS passt also in Echtzeit beim Abspielen die 44.100 Hz an die 48.000 Hz meiner Projekteinstellungen an. Und damit verliere ich tatsächlich meine Synchronisierung zu meinen Video-Elementen. Das kann sich also bei jedem Abspielen irgendwie ein bisschen anders anhören. So, jetzt wo ich das Problem erkannt habe, muss ich mir überlegen, was die Lösung ist. Und die Lösung im nächsten Schritt ist relativ einfach. Ich muss einfach dafür sorgen, dass mein Musiktitel in der gleichen Frequenz vorliegt. Also muss ich das Ganze ebenfalls auf 48 kHz bringen oder aber mein Projekt ändern auf 44.100 Hz. Das möchte ich aber nicht machen, weil ich bewege mich ja hier in der Video-Welt. Also möchte ich meinen Musiktitel anpassen. Das geht jetzt hier in EDIUS relativ einfach. Wenn Sie schon jetzt hier geschnitten haben, wie ich, dann sollten Sie alle Audio-Kanäle ausschalten, wo nicht die Musik drauf liegt. Und dann gehen Sie hier oben auf Datei, exportieren, in Datei ausgeben. Und hier wählen Sie jetzt ganz unten Audio. Und hier PCM-Wave. Modernerere EDIUS-Varianten und auch vielleicht andere Software-Applikationen können in MP3 ausgeben. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen, denn Wave ist das deutlich bessere Format. Ich gehe auf Exportieren und wähle einen Dateinamen. Klicke auf Speichern. Und die EDIUS exportiert jetzt nur den Audio-Anteil des aktuellen Projektes in den Projekteinstellungen. Das heißt, ich müsste jetzt eine Datei bekommen, die nicht mehr in 44.100 Hz vorliegt, sondern in 48.000 Hz. Hier in EDIUS 10 passiert die Wandlung im Hintergrund. Das Ganze sollte jetzt schon fertig sein. Ich klicke hier mit der rechten Maustaste und wähle Datei hinzufügen. Und selektiere meine neue Datei. Klicke auf Öffnen. Und jetzt kann ich mit der rechten Maustaste den Clip einfach runterziehen. Ich lasse diesen fallen und wähle Teile ersetzen, Clip. Und damit habe ich den alten Clip gegen den neuen ausgetauscht. Bevor ich das Ganze abspiele, gehe ich auf Eigenschaften, um dies zu überprüfen. Und ich sehe jetzt hier eine Sample Rate von 48.000 Hz. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich auf der Timeline noch einige Elemente wieder verschieben muss, um den Takt anzupassen. Aber ich kann Ihnen versprechen, das müssen Sie jetzt das letzte Mal machen. Und dann wird das auch beim Ausspielen passen. Schauen wir uns das Ergebnis an. Das hat wunderbar funktioniert. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Tipps geben. Den einen hatte ich eben schon mal angesprochen. Sie sollten immer mit Wave-Dateien arbeiten, wenn Sie die Möglichkeit haben. Denn MP3-Dateien haben eine schlechtere Qualität, sind höher komprimiert. Und wenn sie mit einer variablen Bitrate aufgezeichnet worden sind, dann kann es auch sein, dass Sie die Synchronisation niemals erreichen werden. Mit der Wandlung, wie ich das eben gezeigt habe, erhalten Sie automatisch eine Wave-Datei. Wenn das Ihre Videoschnittsoftware nicht kann, dann können Sie auch Tonbearbeitungsprogramme benutzen, die es teilweise kostenlos im Internet zu finden gibt. Der zweite Tipp betrifft jetzt eher die EDIUS-Anwender. Auch hier geht es um die Synchronisation von Bild- und Tonanteilen. Das ist eine Funktion, die gibt es schon sehr, sehr lange in EDIUS, aber die wenigsten Anwender kennen diese. Denn es kann sein, wenn ich jetzt den Tonanteil oder den Bildanteil verschieben muss, um einen Takt oder ein Bild zu treffen, dann kann ich das jetzt hier in EDIUS natürlich immer nur plus oder minus ein Einzelbild machen, also ein Frame, weil das Ganze ja videobezogen ist. Im Tonbereich kann es aber notwendig sein, dass Sie im Millisekundenbereich arbeiten müssen, beziehungsweise im Taktbereich. Und das kriegen Sie durch das normale Verschieben nicht mehr hin. Die Lösung ist hier relativ einfach. Sie drücken mit der rechten Maustaste auf den Ton und hier finden Sie Audio Offset. Und jetzt können Sie angeben, dass Sie entweder nach links oder rechts, also später oder früher, das Ganze verschieben wollen. Und Sie haben die Möglichkeiten, hier Sekunden, beziehungsweise Millisekunden anzugeben oder auch die Sample-Rate. Damit können Sie zum Beispiel auch, wenn Sie Dialoge nachsynchronisieren, die Lippenbewegung zu den Dialogen sehr gut synchronisieren. Abschließend möchte ich Sie nochmal daran erinnern, dass der Tonanteil in Ihrem Video genauso wichtig ist wie der Bildanteil, denn nur im Zusammenspiel dieser beiden Elemente können Sie Ihr Publikum begeistern. Mehr Tipps zur Tonbearbeitung finden Sie in dem Lernkurs Schnitt und Montage, die Techniken der Profis. Das ist ein Videokurs, den ich Ihnen wirklich sehr empfehlen möchte, denn darin verrate ich Ihnen die Geheimnisse eines perfekten Schnitts. Und hier geht es auch ganz konkret um den Schnitt auf Musik. Wenn Sie mit EDIUS arbeiten, dann empfehle ich Ihnen den Aufbaukurs Nummer 2. Auch hier geht es um die Tonbearbeitung. Die Links zu den beiden Lernkursen finden Sie hier unterhalb des Videos. Wenn Ihnen die Tipps gefallen haben, dann geben Sie dem Video einen Daumen hoch und wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich oder mein Team an. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.